Nichts. Die Leere. Eine Abwesenheit von Materie. Die leere Seite. Vollkommenes Schweigen. Kein Ding. Kein Gedanke. Kein Bewusstsein. Völlige ontologische Bewusstlosigkeit. Sollen wir einige Worte über das Nichts äußern? Was gibt es da zu sagen? Wie anfangen? Wie kann etwas über das Nichts gesagt werden, ohne gegen seine Natur selbst zu verstoßen? Vielleicht sogar seine Möglichkeitsbedingungen? Ist nicht jede Äußerung über das Nichts immer schon ein performativer Bruch mit dem, was man anzusprechen beabsichtigt? Haben wir nichts bereits zu viel gesagt, einfach indem wir seinen Namen aussprechen? Vielleicht sollten wir die Leere für sich selbst sprechen lassen. Transparenz bedeutet durchsichtig sein, durchscheinend, lichtdurchlässig und deutlich nachvollziehbar. Dabei hat Transparenz an sich nichts Nachvollziehbares. Denn ohne Worte, ohne Sprache, ist sie bloß etwas, das den Blick trübt und die direkte Sicht auf das, was sie eigentlich offenlegen soll, verschleiert. Transparenz braucht Lautstärke. . . . . Das war's für heute. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020